Stefan Leiner hat mit einer leichten Blessur am Knie das ÖFB-Camp noch vor dem Länderspiel gegen Dänemark verlassen. Nun kommen Gerüchte bezüglich eines Wechsels in die Serie A auf Lazio Rom soll Interesse am Rechtsverteidiger bekundet haben. Während Trainer Simone Inzaghi klagte in den vergangenen Tagen über Probleme in seiner Mannschaft auf dem rechten Flügel. Daher soll er in Leiner eine Verstärkung für sein Team sehen. Erst im vergangenen Sommer wollte Leiner die Bullen verlassen, ein Angebot von Italiens Vizemeister SSC Napoli lag vor. Doch die Salzburger Verantwortlichen ließen den Nationalspieler nicht ziehen, was Leiner selbst als ärgerlich bezeichnete. Wenn noch einmal eine Möglichkeit kommt, werde ich schon darauf hoffen, dass man mir in Salzburg keine Steine mehr in den Weg legt, sagte Leiner, der ganz offen mit einem Wechsel bereits im Wintertransferfenster spekuliert. Indessen soll sich Salzburg selbst bereits auf einen Leinerabgang vorbereiten. Die roten Bullen haben dabei Ersatz aus der türkischen SIPA LIG ins Auge gefasst. Werbung 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 Untertitelung. BR 2018